einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu neuen angezockt paradiso island island wie ihr seht wollen wir jetzt anzocken ich werde das nicht rendern ich werde kein intro outro oder irgendwas dazu packen ich nehme es mit einer hohen bitrate auf der ps4 pro in 4k sowie ps4 pro raus gibt und so werde ich so hochladen für euch dass ihr nah oder so nah wie möglich an dem ergebnis seit wie es hier vor mir habe ich guck noch mal hdr ist aus also das hier nicht angegangen das spiel hat kein hdr doch jetzt ist es angegangen es hat hdr hdr ist gerade angegangen also ich konnte jetzt hier nicht hdr separat irgendwie ein bild einstellen oder so aber hdr sagt mir der monitor ist an aber hier irgendwas zum einstellen vielleicht hier war skins dlc ist kommen wir dann dlc ist Gucken wir mal was das kostet. Also um die 4,99 Euro kosten die DLCs. Wir haben keine Coins, das wollen wir kaufen können, also das mit Coins, das ist auch mit Coins. 50 Coins haben wir aber dafür können wir uns noch nichts kaufen. So bin ich mal gespannt. Scheiße, ist ja alles englisch. Oh, hab ich nicht gesehen. Schöße. Ja. Hier. Ja. Entschuldigung trockenen Hals. Also hier sollen wir hin. Aber wir können nicht rein gehen. Wir haben einen Pfeil, ich geh jetzt einfach mal dahin wo der Pfeil uns anzeigt. Hier. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, wir haben leider kein Deutsch mit dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Leute, ehrlich gesagt, weil es ist schade, dass es ja alles in Englisch ist. Ich habe keinen Plan. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist so cool. 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 Das ist aber doch mein Haus. Das hat mein Haus ausgeräumt. Das war's. 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 Das war's.